Willkommen bei Shipper Freight, dem einfachsten Weg, Ware international zu versenden. Mit Shipper Freight können Sie online ein Angebot anfordern und Ihre Sendung erstellen, bezahlen und verfolgen. Unser globales Expertennetzwerk und unsere Spitzentechnologie sorgen dafür, dass Ihre Ware jedes Mal sicher und zuverlässig am Ziel ankommt. Starten Sie jetzt und registrieren Sie sich. Klicken Sie hierzu auf Registrieren oben rechts auf Ihrem Bildschirm. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie den Hinweisen entsprechend ein sicheres Passwort. Wir benötigen außerdem Ihre Telefonnummer und den Namen Ihres Unternehmens. Werfen Sie einen Blick auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, bevor es weitergeht. Das sind Standard-Versandregeln, mit denen Sie stets auf der sicheren Seite stehen werden. Stimmen Sie auf unsere AGB zu und klicken Sie dann auf Registrieren. Sie erhalten eine E-Mail zur Überprüfung Ihres Accounts und die Erinnerung, Ihr Profil zu vervollständigen. Das Vervollständigen Ihres Profils dauert nicht lange. Nur ein paar weitere persönliche Angaben genügen, damit wir Sie besser kennenlernen, schneller Angebote anfertigen und Aufträge erstellen können. Teilen Sie uns Ihre Berufsbezeichnung sowie Ihre Unternehmensadresse mit und ob Sie über eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen. Wenn ja, tragen Sie diese ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste Ihr Land aus. In Ihrem Profil können Sie Maßeinheiten sowie die Standardwährung auswählen, in der Sie Angebote erhalten wollen. Änderungen speichern und fertig. Falls Sie einen Unternehmenskredit beantragen möchten, um Sendungen aufzugeben und später zu bezahlen, klicken Sie auf das Credit-Tab in Ihrem Profil. In einem anderen Video gehen wir näher auf die Zahlungsmöglichkeiten ein. Diese Seite ist jederzeit verfügbar, um einen Unternehmenskredit zu beantragen. Unser freundlicher Kundenservice ist nur einen Klick entfernt, falls Sie weitere Hilfe benötigen. Wir sind jederzeit für Sie da. Klicken Sie auf das blaue Chat-Icon rechts unten auf Ihrem Bildschirm oder nutzen Sie die Support-Funktion in Ihrem Profil. Legen Sie los, registrieren Sie sich jetzt und probieren Sie es aus. Oder sehen Sie sich andere Videos über Shipper Freight an. Darin erfahren Sie, wie Sie ein Angebot anfordern, eine Sendung erstellen, Sie bezahlen und verfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.